Wo man hinhört, alle sagen, wir leben in einer besonderen Zeit. Eigentlich, weil wir bald Weihnachten haben. Aber die Corona-Krise, sie versetzt uns auch in einen Ausnahmezustand. Daher wollen wir die Immobilienlotsen aus Bingen gerade deshalb einen ganz besonderen Dank aussprechen. Zuallererst für ihr unvoreingenommenes Vertrauen in dieser Jahrhundert-Pandemie. Selbst in Zeiten großer Einschränkungen haben sich immer neue Möglichkeiten und Lösungen gefunden. Um Ihnen als Kunden weiterhin das zu bieten, was Sie sich von einem Auftrag versprechen. Das fordert jedoch Flexibilität und Umdenken auf beiden Seiten. Wir können voller Stolz und Freude sagen, dass wir auch diese Hürde gemeinsam gemeistert haben. Und zu guter Letzt für all die schönen Momente im Prozess des Kaufs und Verkaufs. Denn der Kontakt mit Ihnen macht unseren Beruf zum schönsten der Welt. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen alle von Herzen frohe und besinnliche Weihnachtstage. Nutzen Sie die Zeit, um zu sich zu kommen, um die Zeit mit Ihren Lieben zu verbringen. Und machen Sie, auch wenn es ein besonderes Jahr ist, aus dem Jahresende ein besonderes Jahresende. Bleiben Sie gesund und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und dann können Sie die Zeit, um die Zeit mit Ihren Lieben zu verbringen. Und dann können Sie die Zeit, um die Zeit mit Ihren Lieben zu verbringen.